Das ist Boden und Ständig mit Carina Dünnchen und Johannes Kistas. Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft powered by Lemken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Zunächst mit Johannes und mir. Moin Johannes. Ja, hi Carina. Ja, heute mal wieder montags. Vielleicht ein bisschen verspätet, aber das ist ja seine Gründe. Und die liegen ja jetzt nicht bei uns, sondern tatsächlich heute ja bei unserem Gast, aber dazu später mehr. Wie geht es dir denn heute so, Carina, an diesem Montagmorgen? Auch eigentlich ganz gut. Ich hatte ein relativ entspanntes Wochenende. Samstag bin ich schön mit der Scheibenegge unterwegs gewesen den ganzen Tag. Dann hatten wir, ah ne Quatsch, das war Freitag. Quatsch, ich bin schon völlig verkehrt wieder. Samstags, nachmittags hatten wir mit der Tanzgruppe Sommerfest, das ist leider ein bisschen ins Wasser gefallen. Wir wollten eigentlich eine Poolparty machen und dann kam doch wieder der ungeliebte Regen dazwischen, aber es war trotzdem witzig. Ja, und gestern war eigentlich auch mal ganz entspannt. Da konnte ich auch mal die Füße hochlegen ein bisschen und es langsam angehen lassen. Und dementsprechend bin ich total fit und motiviert in die neue Woche gestartet heute. Ich finde, das hört man dir auch direkt an, Carina, muss ich sagen. Danke. Ja, wirklich. Du bist richtig positiv, also du bist sonst auch positiv, aber jetzt so voller Elan und voller Power noch mehr als sonst tatsächlich. Ja, siehste, was so ein freier Sonntag dann doch mal ausmacht, ne? Ja, genau, tatsächlich. Aber jetzt nochmal zum Poolparty, aber wenn man noch so ein Poolparty macht, dann ist es doch egal, ob man von oben und von unten gleichzeitig nass wird, oder? War zu kalt bei euch. Genau, nee, das haben wir auch gesagt. Nee, tatsächlich war der Pool auch wärmer, also das Wasser war wärmer als die Luft draußen. Von daher war das so ein bisschen Badewanne-Feeling und wir haben natürlich auch lecker gegrillt und ja, gab ein paar Cocktails und so. Und ja, wir haben das Beste draus gemacht. Also natürlich wäre es noch ein bisschen schöner gewesen, wenn man sich hätte auch ein bisschen in die Sonne legen können und so, ne? Aber ja, wie gesagt, das war trotzdem auch sehr erholsam und schön und ja, einfach mal wieder was anderes sehen. Ja, aber das Wetter war ja wieder wirklich sehr kurios. Bei uns auch immer so lokale Schauer, dann ziemlich stark oder auch gar nicht und Gewitter. Ja, war hier auch. Wir hatten Mitte der Woche, hatten wir noch ein Gewitter letzte Woche, Dienstag war das, glaube ich, also richtig mit Blitzen und Donner und wo man gedacht hat, abends um sieben Uhr, wir hätten jetzt schon zehn Uhr abends, so dunkel wurde es auf einmal. Ja, aber es war auch so heiß, war das bei euch auch so? Also wir waren zwei Tage auch wirklich bei jeder Bewegung. Deswegen ist einem so die Brühe gelaufen, weil es so heiß war. Also ich glaube, es wurde auch der wärmste Tag von diesem Jahr in Rheinland-Pfalz gemessen. Und wir hatten auch den einen Tag, bevor es gewittert hat, waren es über 37 Grad auch. Also wo ich auch gedacht habe, das brauche jetzt auch kein Mensch mehr, ne? Ja, das habe ich auch erworben. Das war sogar doch bei euch ganz in der Nähe auch der wärmste Ort oder der wärmste Tag des Jahres irgendwie. Das war wirklich nicht so weit weg von dir, wenn ich das so geografisch nicht komplett falsch einschätze. Ich kann dir den Ort jetzt auch nicht mehr sagen. Ich meine, als ich auf dem Traktor saß, lief es im Radio. Da habe ich es dann auch nur beiläufig gehört, ja. Aber ja, das war dann echt nicht. Da warst du froh, wenn du auf dem Traktor gesessen hast und die Klimaanlage alles gegeben hat. Ja, das stimmt. Wenn man sich vorstellt, jetzt ohne Klimaanlage mal... Ja, unvorstellbar. Also das kann man sich... Also ich kann mir... Ich habe das ja auch nie mehr so... Ich habe das nicht mehr so richtig mitgekriegt, ohne Klimaanlage. Nur ganz früher, wo ich wirklich klein war. Aber da war das irgendwie gefühlt... Kam das auch einem nicht so heiß vor. Wenn man sich jetzt vorstellen müsste, müsste irgendwie so wie du den ganzen Tag dann bei 37 Grad mit der Kurzstaatmecke durch die Gegend fahren, dann... Ja, vor allen Dingen so eine Traktor... Du sollst du ein paar T-Shirts einpacken, ne? Ja, die heizt sich ja auch so auf direkt. Das ist ja wie ein Backofen dann auch tatsächlich. Also ich meine, jeder kennt es bestimmt auch von der Ernte, ne? Wenn man dann mal kurz, aus welchen Gründen auch immer, den Traktor mal abstellt oder halt mal ausisst einen kurzen Moment, da kannst du auch erst mal alles aufreißen, was überhaupt noch geht. Also es ist ja bei den neuen Traktoren sowieso nur noch die Tür und die Heckscheibe. Dann war es das ja schon so ungefähr. Ja, ich kenne das tatsächlich auch nur. Der Einzige, der keine Klimaanlage hat von uns, ist tatsächlich der 3,8er. Also je nachdem, wenn dann schon mal Kartoffelernte war und da die Sonne geschienen hat, dann kenne ich das auch, dass die Roderfahrer dann, ne? Frontscheibe, Heckscheibe, Türen, alles was geht, auf während der Fahrt. Aber sonst haben wir alle Klimaanlage. Also von daher ist das entspannt mittlerweile, ja. Ja, man muss auch sagen, und auch die Kabinen bekommen ja auch, glaube ich, immer gefühlt mehr Glas und noch größere Glasflächen, die sich aufheizen können, ne? Das war ja früher, weil das ja auch alles viel kleiner, wo, ich meine, da hat sich da trotzdem dann durch den Motor halt aufgeheizt oder so. Aber ich glaube, die Fensterfläche macht da schon auch noch sein Zutun dabei. Absolut, ja. Ja, und was war bei dir so los? Ja, ich war ja, letzte Woche hatte ich ja angekündigt, war ich ja, war das letzte Woche? Ne, vorletzte Woche. Es ist schon wieder zwei Wochen her. Ja, ja, ich habe auch heute gedacht, so zwei Wochen schon wieder, ne? Neue Podcast-Folge, zack. Ja, gleiches September und gleiches Weihnachten. Ja, ne, da war ich ja auf dem Shooting, darf ich ja immer noch nichts zu sagen. Dazu werden die Zuhörer können dann die Lemkin-Kanäle im Auge behalten. Nächste Woche wird da was veröffentlicht, ja, bei YouTube, Instagram, Facebook, Website, Pressemitteilung, alle Kanäle. Abonniert uns bei unseren Kanälen, wenn ihr da informiert bleiben wollt. Ne, aber da waren wir ja bei dem Shooting. Das Produkt hat sehr gut performt, muss ich sagen. Ich durfte sogar ausnahmsweise mal wieder selber Trecker fahren beim Shooting, das ist sonst eher selten. Da konnte ich auch, hatte ich auch ein bisschen, ich sag mal so, hatte ich mal mit so einem Augenzwinger gesagt, hatte ich ein bisschen Urlaubsstimmung. Ne, da habe ich schön da, ja, gefahren und wir hatten einen schönen Sonnenuntergang. Wir hatten tatsächlich richtig Glück mit dem Wetter. Wir hatten, wir hatten, da waren zwei so Gewitterzellen, direkt links und rechts neben uns. Der Wind hat die eigentlich direkt auf uns zugeblasen und die haben sich dann wirklich über uns getrennt, sodass wir wirklich nur so ein bisschen Fizzle-Regen abgekriegt haben. Glück ab. Und dann habe ich ja, da habe ich zum Glück immer meinen Laubbläser ja dabei, dann habe ich schnell den Schläffer abgeblasen, damit ich weiß, kennst du das, wenn dann diese Regentropfen draufkommen auf den Staupen, dann hat man diese Flecken da drauf und das ist natürlich richtig ärgerlich für die Fotos und Videos. Dann habe ich das schnell vorher gemacht. Dann ist Gott sei Dank alles gut gegangen und haben wir abends sogar noch einen richtig schönen Sonnenuntergang gehabt. Wir hatten dann zwischendurch mal eine halbe Stunde, ja, ein bisschen was sauber gemacht, ein bisschen geguckt und gewartet und das Risiko mal eingegangen, weil wir hatten, das Feld war nicht mehr so groß, dass wir die ganze Zeit hätten durcharbeiten können. Wir müssen dann immer ein bisschen haushalten. Und dann haben wir gewartet und dann haben wir gesagt, ja, kommt jetzt noch der Sonnenuntergang, geht die Sonne noch unter den Regenwolken durch und dann kamen sie tatsächlich durch und da sind richtig coole Bilder dabei entstanden und werdet ihr nächste Woche sehen. Und natürlich auch das Arbeitsergebnis von der Maschine hat mich sehr positiv überrascht. Ich habe das vorher auch noch nie so gesehen in echt, nur gehört. Deswegen, also, lasst euch überraschen, was da kommt. Darfst du so viel verraten, ist es was komplett Neues? Nee, 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 nichts komplett Neues, aber teilweise, doch teilweise schon, würde ich sagen. Ja, nee, also, so viel dazu. Ich will mich jetzt nicht verplappern, Carina. Stell mir bitte keine Fragen jetzt. Ich merke es schon. Justus hat sich so viele Gedanken jetzt dazu gemacht mit den Kollegen, was da alles gemacht werden soll. Ich will das jetzt nicht vorher rausplaudern. Okay. Na gut, anderes Thema, bitte. Nein, also, wie gesagt, das kommt alles nächste Woche. Verhaltet die Kanäle im Auge. Du auch natürlich dann, Carina, ne? Selbstverständlich. Und, ja, dann, also, sonst war, sonst war ja nichts mehr. Wir hatten ja auch ziemlich warm hier tatsächlich, aber das war, glaube ich, fast, war, glaube ich, fast deutschlandweit überall so warm letzte Woche. Von dem her können wir uns nicht beklagen. Und jetzt würde ich sagen, oder, Carina, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, dann würde ich sagen, lass uns doch den Gast dazu holen, oder? Würde ich auch sagen. Ja, jetzt sitzen wir hier zu dritt virtuell mit unserem Gast, bekannt aus YouTube, mit mittlerweile über 530.000 Abonnenten, natürlich auch bei Instagram und anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Ja, kein Fahrzeug ist ihm zu schwierig zu fahren, zu groß, egal ob Busbahn, Krankenwagen, Mähdrescher oder Feuerwehrauto. Das ist kein Problem, auch im echten Leben, hat er schon des Öfteren bewiesen, beispielsweise mit einem großen Xerion, den er durch die halbe Bundesrepublik gefahren hat und da immer wieder doch sehr unterhaltsame Videos dabei produziert hat. Ja, das war letztes Jahr, ja, ich will auch gar nicht zu viel verraten. Und zwar haben wir heute den Ansgar, blau zu Gast, bekannt von N-Play oder als N-Play, ich weiß gar nicht, Ansgar. Aber erstmal, hallo Ansgar, schön, dass du dabei bist. Hallo zusammen, herzlichen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Ja, freut uns auch sehr, Ansgar, schön, dass wir es geschafft haben zusammen. Aber Ansgar, jetzt sag doch nochmal kurz vorab, wie nennst du das denn selber? Bei N-Play, auf N-Play, als N-Play? Da muss ich sagen, das habe ich jetzt in meiner Vorbereitung gerade nicht bedacht, tatsächlich. Also ich nenne mich meistens Ansgar von N-Play. Ansgar von N-Play. Das ist dann sozusagen die goldene Mitte. Du hast dir also selber schon den Adelstitel verliehen. So meint ich es nicht, aber du musst natürlich aussehen. Von und zu N-Play. Ja, aber Ansgar, vielleicht nochmal, ich habe ja schon ein paar Sachen gesagt, vielleicht stell dich doch einfach selber nochmal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann würde ich sagen, komm mit Sicherheit die eine oder andere Zwischenfrage, die wir stellen. Und ja, Ansgar, schieß doch mal los, was du so machst und wer du so bist. Ja, ich bin Ansgar von N-Play und habe einen YouTube-Kanal, wo es vor allen Dingen um Simulationsspiele geht, mit Fokus auf dem Landwirtschaftssimulator. Und spiele dann da immer so meine ganzen Sachen, probiere neue Schlepper aus und überlege mir irgendwelche Projekte. Und das mache ich jetzt schon seit vielen Jahren, habe damit in der Schulzeit begonnen und während des Studiums wurde das dann richtig groß. Und jetzt kann ich es sogar hauptberuflich machen, bin ich natürlich sehr dankbar für, weil das natürlich der Inbegriff ist von das Hobby zum Beruf machen, das ich hier gemacht habe. Das ist natürlich wirklich klasse. Und weil ich mir dachte, da ist noch mehr drin, habe ich irgendwann auch mal den Schritt in die Realität gewagt und wollte wissen, wie Landwirtschaft so in der Realität funktioniert. Denn im Landwirtschaftssimulator ist das natürlich immer alles schon einfach. Wenn man da jetzt nicht alles falsch macht, dann kann man da sehr gute Erträge ohne großen Aufwand bekommen. Das soll ja in der Realität ein bisschen anders sein. Und deswegen dachte ich mir, überlege ich mal so ein bisschen, habe dann erstmal so ein bisschen so Schlepper gezeigt und habe mich selbst so ein bisschen damit vertraut gemacht. Und irgendwann kam das Projekt Trekkertour dazu, was ja auch hin und wieder so durch die Social Medias gewandert ist. Jetzt muss ich hier direkt schon losschießen. Drei Schritte zurückgehen. Wenn du sagst, dass du quasi dann ja mal einen Schritt in die Realität wagen wolltest, höre ich raus, dass du vorher mit Landwirtschaft nichts zu tun hattest? Das ist korrekt. Also ich komme zwar vom ländlichen Raum gar nicht so weit weg von euch, von Alpen, von Justus jedenfalls, äh von Johannes jedenfalls. Lemken ist für mich immer auch so ein bisschen Justus. Schöne Grüße wieder an Justus, wie in jeder Folge. Schöne Grüße. Und genau, habe dann natürlich immer gesehen, wie Schlepper irgendwie rumfahren und was da so gemacht wird. Aber ich selbst war jetzt nie in der Landwirtschaft aktiv. Und das ist dann auch immer so ein bisschen der besondere Reiz, glaube ich, von den Videos, weil man immer so ein bisschen sich anschauen kann, wie ein Neuling eben so langsam reinfindet in die ganze Materie, welche Fehler der macht und ja, was er dann auch irgendwann lernt. Das heißt, was hast du studiert, weil du eben gesagt hast, während dem Studium? Oh, auch was ganz anderes. Geschichte und PWG, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Das war mal das Ziel, das auf Lehramt zu machen. Und dann wurde man irgendwann mit der harten Realität konfrontiert. Also du hast dich jetzt dann auch davon, jetzt bist du dann quasi hauptberuflich, ja, wie soll man das, nennt man das dann auch Gamer oder wie würdest du dich selber Gamer, Creator oder beides bist du eigentlich, muss man ja sagen? Oder wie würdest du dich bezeichnen? Also ich glaube, also viele sagen schon dann Gamer, weil sie halt auch wirklich spielen. Aber bei mir ist das gar nicht mehr so, dass ich so viel spiele. Also die Spielzeit macht dann, wenn man das irgendwie als Job macht, doch als einen relativ geringen Teil aus. Ich würde sagen, ich bin schon eher Content Creator oder, ach, eigentlich füge ich mich da immer. Je nachdem, was die Leute mir für den Ziel geben, da nehme ich dann. Also dann bist du quasi als Kind, wie die meisten so mit Landwirtschaftssimulator ja anfangen, dann wahrscheinlich dann irgendwie, kann man ja sagen, du bist dann darauf hängen geblieben und hast die Chance, wie gesagt, wie du ja selber gesagt hast, dein Hobby zum Beruf zu machen. Und du machst das ja auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Und auch, wie du schon gesagt hast, nicht nur im digitalen Bereich, sondern auch im realen Leben. Das, wie du ja schon gesagt hast, die Trekkertour oder wie ich auch gesagt habe, die Trekkertour ist ja sehr gut angekommen. Auch ja mit Lemken dann damals ja zusammen. Du warst ja da mit Justus dann da ja auch unterwegs und du warst ja sogar zweimal bei Lemken oder einmal bei Lemken mit der ersten Trekkertour und einmal habt ihr euch ja dann nochmal in Ostdeutschland getroffen bei Jan. Genau. Und ja, das ist natürlich immer sehr gut angekommen. Also für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, guckt euch gerne mal die YouTube-Videos an. Die Challenge ist wirklich ganz lustig gemacht zwischen Ansgar und Jan. Aber ich muss gerne, sag mir nochmal ganz kurz, wer gewonnen hat, Ansgar. Jan oder du? Ja, also wenn ich sagen würde, ich, dann wäre es ein bisschen vermessen. Man muss ehrlicherweise sagen, Justus und ich. Hätte mir Justus nicht das eine oder andere nochmal schnell eingestellt. Das war nämlich, glaube ich, das, was dann am Ende auch so ein bisschen zum Erfolg geführt hat. Jan hatte vergessen, sich diese Markierung einzuschalten, die man bei GPS ja einschalten kann, dass man schon auf einer Bahn unterwegs war. Ich weiß jetzt nicht, was der Fachbegriff dafür ist. Die AB-Mini sozusagen. Genau, aber dass das auch farblich hinterlegt ist. Ja, ja. Und das hatte Jan nicht gemacht und Justus hatte es aber extra noch eingestellt. Das hat am Anfang irgendwie nicht so ganz funktioniert, aber er hat sich noch fünf Minuten Zeit genommen und das war dann am Ende sozusagen entscheidend dafür. Und wir waren natürlich auch zu zweit, konnten zu zweit mitzählen, wie viele Bahnen wir machen. Aber ich meine, es ging ja auch weniger darum, sozusagen zu gewinnen oder zu verlieren, sondern mehr darum, das mal zu zeigen und so ein bisschen, ja, ich sag mal, so einen Spaßaspekt damit noch zu verbinden mit der Arbeit. Ja, das ist euch auf jeden Fall gelungen. Wenn man sich das anguckt, dann sieht man, dass der Spaß auf jeden Fall nicht zu kurz gekommen ist. Aber Ansgar, wie war denn dein Werdegang dann? Also hast du quasi zuerst so für dich im stillen Zuhause gespielt und wahrscheinlich hast du ja YouTube dann auch als erstes mit hochgezogen, oder? Weil, was hast du eben gesagt, Johannes? 500.000, ne? Ja, überhaupt. Ja, das ist ja schon echt eine Wahnsinnszahl. Also wie rum ist denn das gelaufen da bei dir, wenn ich fragen darf? Ja, ich hatte vorher einen ganz anderen YouTube-Kanal. Da ging es dann immer um so Technik, sag ich mal, habe ich mich irgendwie immer für interessiert. Mal um Kameras und mal um irgendwelche anderen Sachen. Und dieser YouTube-Kanal, da habe ich dann auch mal irgendwas mit Simulation gezeigt, weil ich das irgendwie privat hin und wieder mal ganz gern gespielt habe, wie halt viele dann irgendwie so in dem Alter. Und das kam extrem gut an. Und das kam so gut an, dass ich mir dachte, komm, dann machst du dafür nochmal einen eigenen YouTube-Kanal. Und dann habe ich da nur Simulationsspiele eben dann irgendwie abends nach der Schule gezeigt. Und der wurde dann relativ groß. Und während des Studiums ging es dann so richtig durch die Decke mit diesem Kanal. Und das hat dann dazu geführt, dass mittlerweile nicht nur ich sozusagen daran arbeite, sondern wir mittlerweile zu dritt sind. Also ich noch zwei Angestellte habe, mit denen wir dann eben solche Projekte wie die Trekkertur auch umsetzen können, die natürlich wirklich gewaltig sind. Also das zu planen, der war ja, glaube ich, ein Dreivierteljahr haben wir eigentlich nur rumgeplant. Und dann klappt das sehr gut und eine andere Sache klappt aber nicht. Und Landwirtschaft ist sowieso immer unplanbar und so. Und das ist also wirklich sehr herausfordernd gewesen und geht dann eben nur noch in dieser Konstellation, weil sonst, also da kommt man irgendwann an seine Grenzen dann alleine. Also muss man sich das vorstellen, du hast dann da im Studium irgendwann gemerkt, das läuft gut, in der Schule natürlich auch. Das heißt, du hast dann immer halt den Bildschirm sozusagen gefilmt für die Leute, die sich jetzt nicht so gut auskennen. Du hast den Bildschirm gefilmt und du hast dich selber gefilmt. Und wie du dann erklärst, was du da jetzt gerade machst oder was du da gerade arbeitest. Und die Leute haben sich das dann angeschaut. So muss man halt ja vielleicht für die Leute, die gar keine Begründungspunkte damit haben, so muss man sich das auch ungefähr vorstellen, oder? Genau, also das sind sozusagen kommentierte Videos, wo man dann mal, also man denkt sich meistens, oder ich mache es jedenfalls so, früher waren Let's Plays, so nennt man ja dieses Genre, waren sowas, wo man einfach nur jemandem beim Spielen zugeschaut hat. Das heißt, er hat dann den neuen Fender irgendwie gezeigt und man selbst hat dann einfach nur zugeschaut. Das funktioniert heute nicht mehr so. Da braucht man also schon einen ziemlich guten Plan, was man in dem entsprechenden Video machen will, wie man es machen will, was vielleicht auch irgendwelche Fallhöhen sind. Und dementsprechend sind die Videos schon ein bisschen komplizierter, aber vom Prinzip her ist es immer noch so, dass ich sozusagen spiele und dann so meine Späßchen da mache und manchmal auch mein Programm eben dann so darbiete. Und die Menschen schauen mir zu und können dann über die Kommentare auch so ein bisschen mit darauf einwirken, was als nächstes gekauft wird, was wir als nächstes in Angriff nehmen, welche Kultur wir anbauen und so. Also es ist so interaktiv und man kann sozusagen zusammen mit seinen Zuschauern so seinen Bauernhof machen, ohne all das, was ich bei Carina immer sehe, die ganze Bürokratie und so. Also ohne diese nervigen Aspekte der Landwirtschaft. Das ist doch kein Bürokratie-Simulator. Ja, wirklich. Da gibt es ja alles in Simulator und auch kein Bürokratie-Simulator. Nee, ich glaube, der wird auch nicht ankommen. Ich finde das ja immer wieder, wollte ich gerade sagen, so faszinierend, dass das so einen Anklang findet. Also ich finde das voll gut, versteht mich nicht falsch, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich da sitze. Ich glaube, das hatte ich auch im Podcast von Hannes und Jan auch schon mal gesagt, dass ich einfach da sitze und jemandem so beim Spielen zugucke. Und dann frage ich mich immer, was sind das für Menschen, die da sitzen? Also was machen die so? Hast du ein Gefühl dafür, wer da so deine Follower sind und wer da so zuguckt? Ist das bunt gemischt oder glaubst du, dass es doch mehr tatsächlich auch Leute aus dem Fach sind oder vielleicht auch überhaupt gar nicht? Ah, das ist eine sehr, sehr breite Zielgruppe. Also das lernt man auch so über die Jahre. Man denkt ja so, das sind vor allen Dingen jüngere Menschen. Und das ist auch zum Teil der Fall. Also es gibt schon viele Jugendliche, die mir zuschauen. Oder ich glaube, es geht schon früher los. Also es gibt schon drei, vierjährige. Die verstehen vielleicht noch nicht alles, was ich da sage. Aber vom Ding her sind die dabei und fiebern mit. Und das zieht sich dann auch über die Jugend. Aber es gibt auch deutlich ältere. Ich glaube, meine Kernzuschauerschaft ist zwischen 20 und 30 oder 35 Jahre alt. Und mein absolutes Highlight ist, das war auf der ersten Trekkertour. Da war ich, ich glaube, in der Nähe von Dortmund auf einem Hof. Und da waren wir dann so, haben alle die Kameras vorbereitet und so. Und dann kam so ein älterer Herr auf mich zu. Ich glaube, der war 70 Jahre alt oder so. Und meinte, darf ich Sie mal was fragen? Ich gucke immer Ihre, Sie machen doch diese Tutorials. Oder diese Erklärvideos da im Internet. Und dann habe ich gesagt, ja genau, das bin ich. Und dann haben wir ein bisschen geschnackt. Und dann habe ich ihn gefragt, wollen Sie mal draufsteigen auf den Xerion? Und er war natürlich total begeistert. Und meinte, eigentlich, meine Frau wartet da vorne. Ich darf eigentlich gar nicht. Wir haben noch einen Termin. Aber ich gehe mal schnell hoch. Und das war sozusagen der älteste Zuschauer, den ich so getroffen habe. Also die Bandbreite ist wirklich sehr, 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 sehr krass so. Und das war mir auch immer sehr wichtig, dass man das, also dass sowohl sehr junge Zuschauer als auch sehr alte Zuschauer oder lebenserfahrene Zuschauer zuschauen können. Und genau, deswegen kann man das nicht so eingrenzen. Wenn man jetzt fragt, wo die Menschen das schauen, dann gibt es viele, die schauen das tatsächlich auf einem Schlepper. Also gerade so die Älteren, die gucken das, während sie dann vielleicht mit dem Koba da irgendwie ihre Bahn ziehen. Es gibt aber auch viele, die gucken das, während sie selbst spielen. Andere gucken das irgendwie, wenn sie in der Nachtschicht sind. Also die Bandbreite ist wirklich sehr, sehr breit. Und ich glaube, es sind ähnliche Menschen wie diejenigen, die bei Twitch-Farming zum Beispiel dann auch auf Twitch zuschauen. Ja, ich finde das voll faszinierend. Und ich glaube, es ist auch überhaupt nicht zu verkennen, was dieser Landwirtschaft, also auch so zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und so oder überhaupt ein Augenmerk auf Landwirtschaft zu legen. Ich glaube, da ist der Landwirtschaftssimulator ganz weit vorne mit dabei, dass es überhaupt Leute gibt, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, sich darüber aber dafür interessieren. Mir hat jetzt am Wochenende nämlich witzigerweise auch noch jemand geschrieben, Ü30, der auch mit Landwirtschaft null kommen, also hat er auch selber direkt geschrieben, ich komme aus der Großstadt, ich habe mit Landwirtschaft überhaupt nichts zu tun und hat mich dann aber, weil er gesagt hat, er spielt das auch und interessiert sich halt eben für die Technik und hat sich dann bei mir noch über zwei, drei Traktoren, die wir halt haben, dann informiert und fand das halt total faszinierend, wo ich auch gesagt habe, guck mal, wie gut eigentlich, dass so Menschen dann eben darüber sich doch auch für unseren Job halt interessieren. Es geht ja sogar noch weiter, also somit die schönsten Begegnungen sind immer die, also ich meine, ich bin gesegnet mit einer sehr netten Zuschauerschaft, also eigentlich immer jede Begegnung ist sehr, sehr schön, aber somit die schönsten Begegnungen sind, wenn man irgendwie auf einem Event ist, sei es auf einer Architechniker oder es gibt ja auch diese FarmCon, wo die dann speziell sozusagen eine Messe ist für den Landwirtschaftssimulator und wenn einem dann jemand gegenübersteht, der sagt, Ansgar, ich hatte mein Leben lang nichts mit Landwirtschaft zu tun, aber durch dich und die Videos bin ich irgendwie zum Landwirtschaftssimulator und dann zur Landwirtschaft gekommen und jetzt fange ich meine Ausbildung als Landwirt oder als, ja, wie heißt das, Landwirtschaftsmechaniker. Ja, Fachkraft Agrarservice. Ja, aber ich meine auch so in Werkstätten und so, also in diesen damit verknüpften Bereichen fangen auch viele an, das ist immer sehr, sehr schön, das zu sehen. Also der Landwirtschaftssimulator ist, glaube ich, so das moderne Tor zur Landwirtschaft. Also ich kenne super viele, die damit angefangen haben. Manche kommen auch von einem Hof und hatten auch andere Bezugspunkte, aber viele eben auch nicht. Spielst du das, Johannes? Oder hast du es mal gespielt? Ja, tatsächlich muss ich echterweise sagen, aktuell fehlt mir dazu die Zeit, aber ich weiß, das hatte ich damals, wo ich so auf 14, 15, das waren ja damals die ersten Versionen dann noch, weiß ich noch, da hatte ich mir das mit meinem Bruder mal zusammen gekauft und dann haben wir immer zusammen, weil wir hatten nur einen Computer dann zu Hause, da hatten wir ja auch nur einen Computer, da hatten wir dann zu Hause sich immer abwechseln müssen und so, aber dann habe ich da mal gespielt. Dann war aber lange ruhig und dann im Stuhl, haben wir in der WG dann immer so, ja, so haben wir uns immer bei unseren LAN-Netz, mit dem WLAN verbunden und haben wir immer zusammen Hexelkette gemacht und so. Aber eher dann so zur Unterhaltung mit einem Kaltgetränk auch dabei und dann, wenn man mal abends nichts zu tun hatte, haben wir dann schon mal gespielt, aber sonst war ich jetzt nie so der, also der richtige Hardcore-Fan davon nicht, aber ich habe sowieso wenig Computer im Allgemeinen gespielt, irgendwie hat sich das bei mir nie so ergeben. Ja, das ist bei mir ja genauso, also ich hätte das auch noch das erste Mal zu spielen, ich kenne das auch nur, ne, so aus Videos und so dann. Und ganz früher, könnt ihr euch erinnern, als es in den Anfangszeiten von Facebook, da gab es doch auch diese, dann hast du doch immer so Spielanfragen bekommen von Leuten, die irgendwas gespielt hatten, da gab es auch irgendwas mit Daily Farm oder so hieß das, keine Ahnung. Und dann habe ich auch irgendwann mal gepostet, wenn mir noch einer so eine Anfrage schickt, ich habe den ganzen Tag Daily Farm, ich brauche das nicht auch noch auf dem Computer. Also von daher, ja, aber ja, wie du schon gesagt hast, Ansgar, vielleicht ist es ja auch ein bisschen entspannter, wenn man dann eben Bürokratie und Koma nicht dabei hat. Vielleicht fange ich doch noch an. Ja, genau. Aber das ist ja tatsächlich, was ich dann noch sage, also ich verfolge das ja, ich bin ja auch bei Lemken da im Kontakt mit dem Lernwirtschaftssimulator, um da die neuesten Maschinen zu implementieren und so. Und wenn man sich so diese Entwicklung anguckt, wenn ich überlege, die erste Version, ich weiß gar nicht, welche Jahreszahl das damals dann war, will auch ehrlich gesagt nicht drüber nachdenken, welche das wahrscheinlich schon gewesen ist oder so. Aber auch diese Spielgenauigkeit hat sich ja riesig entwickelt. Da weißt du mit Sicherheit noch tausendmal mehr drüber, Ansgar, weil ich weiß, anfangs, da konnte man ja ungefähr machen, was man wollte. Egal, aber ich weiß gar nicht, ob es da schon Wetter gab oder kein Wetter gab. Man konnte dann irgendwie säen und pflügen und machen und hat nachher irgendwie, wenn man dann nicht alles, man hat glaube ich weniger Ertrag gehabt, wenn man nicht gedüngt hat. Und wenn man doch gedüngt hat, hatte man mehr Ertrag. Aber egal, was man gedüngt hat, es ist immer was dabei rausgekommen oder man konnte gar nichts auswählen. Jetzt seid ihr ja schon deutlich näher auch an der Realität. Oder sind das, also wie gesagt, da müsstest du mich jetzt vielleicht ein bisschen korrigieren. Da gibt es da unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, wo man die Genauigkeit dann hochstellt sozusagen, dass man weniger Ertrag hat, wenn man jetzt im Matsch rumfährt oder welchen Dünger man da jetzt hat. Wie ist das denn heutzutage so? Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil es ja das Spiel gibt und dann gibt es noch die Mods. Und die Mods, die machen natürlich ganz viel möglich. Das Spiel, muss man ehrlicherweise sagen, und das ist vom Entwickler auch genauso gewollt, ist schon ein Kompromiss. Ein Kompromiss zwischen Realität und Spielbarkeit. Also unterm Strich soll es immer noch ein Spiel sein, was Spaß macht und dementsprechend sind ganz viele Aspekte rausgeworfen. Man muss jetzt nicht die Feuchte des Korns da irgendwie messen, bevor man mit dem Drescher fährt oder irgendwie sowas. Das ist alles raus. Das ist alles sehr simplifiziert. Die wichtigsten Aspekte sind zwar umgesetzt, aber das ist schon immer noch auf einem relativ simplen Detailgrad vom Spiel aus. Aber es gibt ja die ganzen Modifikationen, die dann aus der Community heraus meistens hergestellt werden. Also von Spielern, die sich selbst das irgendwie wünschen im Landwirtschaftssimulator. Und da hat der Landwirtschaftssimulator auch immer eine Schnittstelle, ein offenes Tor sozusagen geboten, damit man eben sehr frei da agieren kann als Modder. Und die machen alles Mögliche da rein und das auch super realistisch. Und ich kann euch sagen, also ich drille mittlerweile mit Fahrgasse so im Landwirtschaftssimulator. Also auf dem Level sind wir angekommen. Das wäre natürlich vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren vollkommen undenkbar gewesen. Aber auf dem Level sind wir angekommen. GPS und so, das ist auch alles mittlerweile mit drin. Also Mods machen das so super realistisch. Und ja, also da kann man schon sehr tief einsteigen. Ja, das ist auf jeden Fall, ich finde, also ist das nicht auch tatsächlich so, dass jetzt in manchen, ich meine, ich hätte das mal irgendwo gelesen, dass jetzt auch in den USA sogar das Spiel auch für gewisse berufliche Grundausbildung sogar auch eingesetzt wird. Also einfach um Grundlagen da zu schaffen oder so. Weißt du dazu vielleicht irgendwas drüber? Ich weiß es nicht, aber um Grundlagen zu schaffen, also es bietet einen guten Berührungspunkt. Aber dadurch, dass, also ich gebe mal ein Beispiel, im Standardspiel muss man einmal mit einem Herbizid durchfahren und dann ist der Bestand sozusagen sauber. Da ist dann nichts anderes mehr. Auf dem Level ist das halt alles umgesetzt und deswegen weiß ich nicht. Also als Berührungspunkt ist das gut, aber man darf das jetzt auch nicht überschätzen. Also richtig fachliche Expertise wird man vermutlich dadurch nicht bekommen. Aber das ist vielleicht eine gute andere Frage, die mir da gerade einfällt. Wo du das sagst mit diesen Herbiziden, wie ist das denn in dem Spiel dargestellt? Jetzt sage ich mal diese Themen, die sonst im allgemeinen Leben immer so ein bisschen negativ beharrt wird, sind durch die Medien und durch alle möglichen Kanäle. Wird das denn wirklich dann auch positiv dargestellt, wenn du zum Beispiel so eine Herbizid-Maßnahme da machst, mit einer Spritze, dass du dann weißt, nachher ist das Getreide besser oder dann wird es ein bisschen braun und dann ist nachher, wächst die Pflanze wieder besser, die eigentlich wachsen soll? Oder ist das doch dann doch eher irgendwie so indirekt noch negativ dargestellt, damit der Pflanzenschutzspritze durch die Gegend zu fahren? Negativ ist es nicht dargestellt. Der Effekt ist dann einfach, dass je nach Wachstumshöhe wird das entweder einfach braun, das ganze Unkraut und der Ertrag verbessert sich von der Kultur, die man da angebaut hat oder es ist halt, man ist zu spät dran, das kann auch sein. Aber ich würde sagen, es ist neutral dargestellt. Also nicht besonders, also ja gut, neutral ist ja ein guter, ist das schon mal besser, als dass man nachher so ein Totenkopfzeichen irgendwo auf jeden. Könnte schlimmer sein als neutral. Es gibt jetzt keine negative Darstellung, aber es ist auch nicht so, dass da irgendwie am Feldrand dann irgendwie 100 Leute stehen, die applaudieren, wenn man da seine. Aber es ist ja auch schon mal gut, dass keine 100 Leute am Feld stehen, die dann im Buu rufen oder so oder irgendwelche Banner schrecken oder so. Aber gibt es denn da auch dann Mods, wo du gerade sagst, jetzt mit ökologischem Landbau, wo wir jetzt gerade mal die Schiene da mit den Pflanzenschutzmitteln eingeschlagen, gibt es das da eigentlich auch? Oder ist das auch gern über Mod geregelt oder im Grundspiel wahrscheinlich ist das schwierig darzustellen, oder? Also das Grundspiel hat sozusagen diese Option so eingebaut, dass man einfach mit einem Striegel fahren kann und damit auch das Unkraut, zumindest wenn es ganz gering noch ist, irgendwie wegmachen kann. Das ist aber auch wieder sehr simpel umgesetzt und mit Mods geht es so einigermaßen, aber so in die Tiefe hat das noch niemand umgesetzt, glaube ich. Gibt es denn irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, das wäre schön, wenn es das noch gäbe? Also irgendwas, was dir fehlt? Es gibt ganz viel, was ich mir wünsche und wo ich aber auch ein bisschen das Gefühl habe, dass sowas kommen wird in der Zukunft, ist, dass die Landwirtschaft insofern etwas realistischer dargestellt wird, als sie etwas unplanbarer ist. Also im Spiel ist es aktuell so, dass alles extrem planbar ist. Also wenn man sich mit dem Spiel auskennt und verstanden hat, wie das funktioniert, dann kann man immer die besten Erträge haben. Also man wird da keine Überraschung erleben und so ist es ja nicht in der Realität. Da ist das ja immer, da gibt es ja täglich irgendeine Überraschung. Ich habe letztens bei dir gesehen, da bedienen sich da irgendwelche Leute da an den Feldern und so. Das ist natürlich eine Frechheit. Und sowas gibt es aber im Landwirtschaftssimulator so nicht. Und auch Unwetter oder sowas, sowas gibt es nicht. Und auch das Erntezeitfenster kann man eigentlich nicht verpassen. Das fehlt alles. Und deswegen würde ich mir so ein bisschen mehr Unplanbarkeit wünschen, weil es das Spiel einfach unberechenbar macht und dadurch spannender. Aber gucken wir mal, was da so in Zukunft noch so mit reinkommt. Also ich höre schon, du bist aber auch, du hast dich ja wirklich schon, wenn man dir so zuhört, du kennst dich jetzt ja mittlerweile auch gut mit der praktischen Landwirtschaft aus und du weißt zumindest, wie da der Haar so läuft, welche Sachen da wichtig sind bei den Landwirten und so. Das kommt dann tatsächlich dann dadurch zustande, dass du gesagt hast, du bist dann auch mal im echten Leben unterwegs gewesen mit echten Maschinen bei echten Landwirten. Wo würdest du denn sagen, das ist dein absolutes Lieblingsereignis gewesen? Was fandst du besonders cool, was du mal erlebt hast auf einem Betrieb oder mit einer echten Maschine, was dir wirklich im Kopf geblieben ist? Also ich habe das ja so ein bisschen gemacht damals, weil ich schon auch gemerkt habe, dass mir einfach so ein bisschen das Wissen fehlt. Also ich werde nie ein ausgebildeter Landwirt sein mit der entsprechenden Expertise. Aber ich hatte so ein bisschen das Bedürfnis, weil mir die Menschen natürlich auch immer wieder in die Kommentare geschrieben haben, was ich alles falsch mache und wie man es wirklich macht und so. Und natürlich lernt man dadurch eine ganze Menge. Aber dann merkt man auch irgendwann, 30 Menschen schreiben das und 30 andere Menschen schreiben das. Und dementsprechend merkt man irgendwann, man muss sich selbst ein bisschen damit auseinandersetzen, warum jetzt die einen das machen wollen und die anderen das, um das einfach zu verstehen und den Landwirtschaftssimulator sozusagen besser präsentieren zu können. Denn das, was ich in der Realität erlebe, das kann ich ja dann auch in den Landwirtschaftssimulator wieder übertragen und damit auch so die nächste Generation an Landwirten vielleicht schon mal so ein bisschen prägen. Und dementsprechend wollte ich mich da schon so ein bisschen einfuchsen und habe dann erst mal so die einfachen Arbeiten gemacht, bin mal mit einem Wender im Heu gefahren und so, um das mal so zu checken. Und später wurde es dann immer komplexer. Was mir als echtes Highlight in Erinnerung geblieben ist, war das Mais schieben, was ich mit dem Xerion mal machen durfte. Aber allgemein, also so das größte Erlebnis war eigentlich, ich meine, das ist ja ganz skurril, dass man für eine Videoserie mit einem Traktor und dann auch noch mit einem Xerion durch Deutschland fährt. Und als ich das gemacht habe und ja auch die unterschiedlichen Strukturen gesehen habe, also auf der ersten Tour bin ich ja in NRW in Hasewinkel bei Klaas gestartet und dann nach Bayern gefahren und auf der zweiten bin ich nach Ostdeutschland gefahren. Und als ich das gemacht habe, ist mir so bewusst geworden, wie unterschiedlich Landwirtschaft ist. Also in jeder Hinsicht. Man spricht immer von der Landwirtschaft, aber die Flächenstrukturen sind super unterschiedlich. Dann hat auch jeder irgendwie eine andere Herausforderung. Bei den einen sind es die Böden, bei den anderen sind es irgendwelche Schädlinge oder was auch immer, die nicht weggehen. Und wieder andere haben irgendwie besondere Konkurrenz durch irgendwelche, keine Ahnung, Photovoltaikanlagen oder durch irgendwelche Bauland oder was auch immer. Und jeder hat so sein eigenes Päckchen sozusagen zu tragen. Und wie unterschiedlich das ist, wie unterschiedlich Höfe aussehen, wie unterschiedlich Menschen auch sind, wie unterschiedlich Menschen an Dinge rangehen, warum Direktvermarktung zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern super schwierig ist und in NRW gerade so in diesem Ballungsgebiet für einigen Segen. Das ist einfach super spannend zu sehen. Also das war so, ich glaube, mein Learning aus dieser ganzen Trekkertour. Und das war auch so ein bisschen die Idee, das darzustellen, wie unterschiedlich Menschen Herausforderungen angehen in der Landwirtschaft, wie unterschiedlich Betriebe funktionieren, wie unterschiedlich Betriebe aufgestellt sind und so weiter. Ja, definitiv. Jetzt hast du ein bisschen meine Frage ausgegeben. Ich meinte eigentlich ja so, welche Maschine. Und da hätte ich mir natürlich gewünscht, wenn du gesagt hättest, damals der Karat von Lemkin. Ich wollte gerade sagen, da war doch ein Hintergedanke. Das war aber tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, was wir damals, also ganz früher, wir haben ja zum Landwirtschaftssimulator mal was gemacht. Da war ich ja mal in Alpen bei euch. Ja, genau, da haben wir ein Video. Und da haben wir uns auch das erste Mal gesehen. Ja, genau, ja. Was war denn das für eine Maschine, die wir damals gezeigt haben? Ah, da war ein Coraline, glaube ich. Genau, ein Coraline, genau. Ja, genau, genau. Das war so, ich glaube, das erste, eines der ersten Real-Life-Videos. Also das ist mir tatsächlich noch sehr gut in Erinnerung. Stimmt, da hast du ja diese Tour gemacht. Also das war ja nicht eine Tour gemacht, aber du bist ja dann in Alpen gewesen. Und wir haben uns im Werk getroffen. Dann warst du ja noch bei uns auf unserer Argo-Farm, auf einem Schulungsbetrieb, wo wir die Leute ja alle ausbilden. Und da bist du ja dann nochmal so ein paar Bahnen gefahren mit dem Coraline. Und dann haben wir ja, das war ja damals diese Geschichte darum, dass wir den dann ja auch im Landwirtschaftssimulator haben. Und du hast dann den Vergleich ja quasi gemacht, glaube ich. Genau. Wenn ich das jetzt noch richtig zusammenkriege, dann zwischen Digital und Real-Life hast du dann den Vergleich gemacht. Und da warst du doch auch tatsächlich dann auch bei anderen Herstellern wie Krone oder so dann auch ein bisschen Häcksler gefahren. Oder habe ich das gerade falsch? Hast du da nicht mehrere Maschinen zwischen Spiel und Echt verglichen? Nee, also das sind immer so Sachen, die würde ich sehr gerne machen. Ja, aber das ist sehr schwierig. Ja. Kann sein, dass das deswegen mal irgendwie zur Debatte stand. Aber das haben wir bislang leider nicht umgesetzt. Aber ich wäre total offen dafür. Also ich habe immer Bock, irgendwas zu machen, irgendwas Neues zu machen. Und ich sehe auch immer das Potenzial, irgendwie diese zwei Welten zu verknüpfen. Weil natürlich spielen, also den Landwirtschaftssimulator spielen super viele, die später in der Landwirtschaft landen. Und viele spielen den auch irgendwie, weil sie nur in der Mais-Saison mal aushelfen und ansonsten eben den Landwirtschaftssimulator haben. Aber es gibt eben auch viele Leute, die spielen den Landwirtschaftssimulator und wohnen in einer Stadt. Für die ist der Landwirtschaftssimulator so der einzige Bezugspunkt. Das darf man nicht unterschätzen. Das wird auch immer mehr. Die spielen den dann irgendwie, um zu entspannen oder so. Und diese Welten dann so, diese Zielgruppen zu verknüpfen, finde ich eigentlich sehr reizvoll. Deswegen arbeite ich da immer aktiv dran. Aber es muss natürlich auch jemand mitmachen, so auf der anderen Seite. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber Lemken ist da ja sehr... Ja, wir tun ja immer unser Bestes, Ansgar, um das zu unterstützen. Ja, das muss man ja wirklich sagen. Also wenn ich da irgendeine Idee habe und bei Lemken, bei dir oder deinen Kollegen anfrage, dann ist es ja immer so, Ansgar, machen wir. Und Justus ist auch dabei. Justus sitzt zu dem Zeitpunkt dann schon meistens im Auto und ist schon unterwegs. Dann darfst du das natürlich nicht überreizen, aber bislang hat das immer sehr gut funktioniert. Lemken und Klaas sind da wirklich sehr dankbare Partner in dieser Hinsicht. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, Ansgar, wir haben uns doch auch bei Lemken damals, glaube ich, das erste Mal gesehen. Ja, das habe ich mir heute auch noch überlegt, weil über diese ganzen, ja, mittlerweile über die Jahre und über die Veranstaltungen, da kommt man schon mal manchmal irgendwie durcheinander. Aber war bei Lemken auch, ja. Aber jetzt habe ich noch eine andere Frage und zwar habe ich das ja schon am Anfang in meiner Einleitung gesagt und das brennt mir schon die ganze Zeit auf den Fingern. Du spielst ja auch andere Simulatoren, also zumindest vielleicht nicht so intensiv wie Landwirtschaftssimulator, das ist ja wirklich dein Steckenpferd. Aber da gibt es ja wirklich die, ich habe mir das jetzt nochmal so durchgeguckt, da gibt es ja wirklich die verrücktesten Simulationsspiele, wo ich mich auch wirklich frage, wer spielt so weit, irgendwie, was weiß ich, Straßenmeisterei-Simulator oder Kran-Simulator. Und da sind ja auch dann teilweise, zumindest stelle ich mir das jetzt so vor, so ein Kran-Simulator. Also hast du das, oder frage ich erstmal, hast du sowas schon mal gespielt? Wahrscheinlich doch, ja, oder? Also ein Kran-Simulator, da weißt du mehr als ich, den habe ich noch nicht gespielt, glaube ich. Aber den Straßenmeisterei-Simulator, den gibt es tatsächlich. Und, ja gut, dann war das mit der Kran-Simulation, dann gibt es das vielleicht über den Baustellen, heißt das dann anders, Baustellen-Simulator? Bausimulator gibt es. Ja, oder Bausimulator. Bausimulator ist sehr ähnlich zum Landwirtschaftssimulator. Aber ist das denn aus deiner Sicht so, ich sag mal jetzt, actionreich oder... Also, weil man, ich stelle mir das immer so vor, wenn man jetzt so einen Bausimulator hat, dann fährt man ja den Bagger oder den Radlader oder den Kran oder ich weiß, was auch immer man da fährt. Aber man ist ja nicht dann irgendwie so zwischen den Geräten am Hin- und Herwechseln, jetzt bei der Ernte, bei der Heuernte, bei der Getreidernte, bei der Maisernte, beim Säen, Pflügen, Grobern. Man hat ja wirklich dann nicht so ein breites Portfolio an Geräten oder vertue ich mich da gerade komplett? Das ist sicherlich etwas uncharmant, aber zweiteres ist der Fall. Also, der Bausimulator, wie gesagt, der funktioniert relativ ähnlich wie der Landwirtschaftssimulator. Auch da gibt es eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Maschinen. Das ist auch so, man kann das immer ganz gut sehen. In der Realität ist Landwirtschaft in Deutschland ja immer noch ein sehr großer Bereich, in dem einfach sehr viele Menschen beschäftigt sind und mit dem Menschen auf jeden Fall zumindest im Entferntesten irgendwie zu tun haben, weil sie im Dorf irgendwie engagiert sind oder was auch immer. Und so ähnlich ist es beim Baubereich eben auch. Da sind unglaublich viele Menschen angestellt und unglaublich viele Menschen haben irgendwas mit Baustellen zu tun. Und dementsprechend ist auch da die Zielgruppe extrem groß, die sowas eben potenziell spielt. Und sehr vielfältig sind auch die Maschinen. Man kann ja alles Mögliche. Man kann mit einem Bagger fahren, man kann auch mit einem Kran fahren und mit einem Kran da irgendwelche Sachen verladen. Man kann Teleskoplader nutzen, man kann Betonmischern nutzen, man kann Mulden nutzen. Es gibt Radlader, Teleskoplader, alles Mögliche. Also die Bandbreite an Maschinen ist sehr groß und die Missionen sind da auch immer so aufgebaut, dass man relativ viele unterschiedliche Sachen nutzen muss. Das ist also auf jeden Fall noch einer der spannendsten Simulationen oder spannenderen Simulationen. Es gibt aber natürlich auch, und da würde ich überhaupt kein Geheimnis draus machen, absoluten Schrott. Also es gibt da Sachen, da muss ich auch ehrlich sagen, das ist teilweise auch diese Simulationsspiele sind gerade in Deutschland irgendwie beliebt. Und da kann man jetzt unterschiedliche Theorien zu aufstellen, warum das so ist. Aber weil das eben so beliebt ist, denken sich dann manche, sie machen damit die schnelle Mark und bringen dann Sachen raus, die wirklich nicht nur langweilig sind, sondern auch technisch in katastrophalem Zustand. Also das gehört schon zur Wahrheit auch dazu. Weil gibt es, zufällig jetzt nochmal eine Frage, weil ich auch gelesen habe, gibt es auch ein Angelsimulator? Gibt es auch. Und das ist zum Beispiel eine Kategorie, die ich nicht spiele. Weil ich, also, ich kann mir das in der Realität noch vorstellen, dass man durchaus Entspannung erfährt, wenn man in der frischen Luft ist und sich da schön in seinem Anglerstuhl da sich bequem macht und da auf den Fisch wartet. Aber im Spiel habe ich das für mich, diese Faszination, noch nicht finden können. Ich will dir aber auch niemandem absprechen. Also es hat bestimmt seinen Reiz. Das ist, ganz krass ist ja auch die Flugsimulator-Branche und mit der habe ich jetzt auch nicht so viel zu tun. Ich finde das zwar durchaus faszinierend, aber man muss sich das ja so vorstellen, die Leute kaufen sich dann einen richtig guten PC, damit das überhaupt läuft, weil das technisch sehr anspruchsvoll ist, machen dann den Take-off, fliegen dann da durch die Gegend, stellen den Autopilot ein und dann gehen sie schlafen. Und dann dauert der Flug erstmal, keine Ahnung, acht, neun Stunden und dann wachen sie auf und dann machen sie die Landung. Also so skurrile Blüten treibt dieses Genre teilweise, aber ja, es ist halt das Hobby von vielen. Aber ich glaube, den Flugsimulator, da gibt es doch auch so einen, der so wirklich fast realitätsgetreu auch ist oder so, kann das sein? Oder gibt es wahrscheinlich überall, aber wo man wirklich sehr, sehr intensiv sich damit beschäftigen muss, damit man so ein Ding da überhaupt bewegen kann, glaube ich? Oder gibt es da, oder bin ich jetzt wieder falsch? Ne, es gibt da mehrere. Also da gibt es durchaus einen Markt. Beim Landwirtschaftssimulator ist es ja so, dass es eigentlich nur ein großes Spiel gibt. Es gab mal so einen anderen Versuch, aber der ist unglücklich gescheitert. Aber da war Lemken, glaube ich, auch mit drin im Spiel. Aber beim Flight Simulator gibt es ein paar, die sehr nah an der Realität sind. Das optisch anspruchsvollste und das modernste ist sicherlich der Microsoft Flight Simulator, den so die Menschen spielen aktuell. Also wie gesagt, davon habe ich, glaube ich, sogar mal gehört von diesem Microsoft Simulator. Ja, der ist auch sehr bekannt. Also das ist ja einer der Topseller so weltweit. Also das ist ja schon ein AAA-Game. Davon habe ja sogar ich schon gehört und ich habe gar nichts damit zu tun. Darina, welchen Simulator würdest du dir denn mal wünschen zu spielen? Weiß nicht. Ich bin da echt, also muss ich ganz ehrlich sagen, klar, so als, ich will sagen, Kind, Jugendliche, natürlich hat man da auch diverse Spiele. Das kam ja bei uns auch alles so. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge bestimmt erwähnt, dass wir damals auch hier, was war das, Tomb Raider haben wir gespielt. Und die Sims habe ich auch gespielt. Ja, ein Real-Life-Simulator. Genau. Aber wie gesagt, ich kann das echt, ja, vielleicht aber auch der Zeit geschuldet, ich kann das 0,0 nachvollziehen, aber auch so, wie Ansgar gerade erzählt hat. Aber vielleicht wäre der Flugsimulator ja was. Dann starte ich eben abends, bevor ich ins Bett gehe, gehe schlafen. Und morgens, bevor ich rausgehe, setze ich mal noch zur Landung an. Keine Ahnung, ich habe halt echt, ich habe keine Zeit dafür. Das geht dann, das geht mit der Zeit halt einfach los. Und das, das hat mich, also ich finde das total faszinierend. Und ich finde das auch voll gut, dass es das gibt und dass sich so viele damit beschäftigen. Aber wie gesagt, ich habe da null Berührungspunkte mit. Auch, wie gesagt, dieses, dann mich da hinzusetzen und anderen beim Spielen zuzugucken. Aber jetzt mal rein hypothetisch. Und sagen wir mal, Zeit wäre jetzt nicht der limitierende Faktor. Welche, also jetzt mal unabhängig davon, dass du jetzt den Hof da machst und auch alles mögliche hast. Aber welches, was willst du denn dann, könntest du dir noch am nächsten vorstellen, wenn das jetzt nicht der Landwirtschaftssimulator sein dürfte? Sag mal einfach irgendwann, das gibt ja wahrscheinlich zu allem fast einen Simulator. Das war vielleicht ein Jagd-Simulator. Gibt es auch. Das kann ich mir auch ganz gut hören. Den gibt es sogar tatsächlich. Den gibt es bestimmt. Ja, das habe ich nämlich eben schon gedacht, als wir vom Angeln sprachen. Wo ich dachte so, ja, nee, Angeln ist ja langweilig. Aber da ich ja auch eigentlich gerne mal den Jagdschein machen wollen würde, aber es ist ja zeitlich lauter. Und ich schaffe auch, habe ich gedacht, ja, weil das finde ich halt entspannt. Also jetzt wirklich im echten Leben, ne, auf dem Hochsitz zu sitzen, finde ich halt super entspannt, so in der Natur und so. Aber vielleicht ist das vom PC ja auch genauso entspannt. Also vielleicht soll ich das mal ausprobieren. Da gibt es übrigens einen echt guten. Heißt The Hunter Call of the Wild, glaube ich, oder so. Und der ist wirklich sehr realistisch, sieht sehr schick aus. Aber da gibt es auf jeden Fall was. Und der ist auch sehr erfolgreich. Also hat auch eine sehr große Community. Ja, siehst du. Das wäre jetzt ja was, Carina, wenn du jetzt demnächst wieder bei der Stopp-Überarbeitung bist und dann kannst du dein Laptop ja mitnehmen, dann kannst du ja währenddessen das spielen. Dann hast du direkt den Hochsitz, die Freizeit mit der Arbeit verbunden. Wow, super. Dann ist nur noch das Problem mit dem Internetempfang. Ich wollte nämlich am, wann war das denn, am Freitag auch, als ich auf dem Traktor saß. Da wollte ich nämlich auch, da war jemand live abends und der wollte mich dazuschalten. Da habe ich direkt gesagt, kannst vergessen, ich habe hier 0,0 Empfang. Also ich bin froh, wenn hier eine WhatsApp rausgeht zwischendurch, das ist ja das Nächste dann bei mir. Ich weiß gar nicht, wie das immer alle machen. Oder vielleicht ist es auch einfach nur hier so schlecht, aber daran scheitert es schon. Ich kenne das von Hannes, der hat ja auch so ein paar Felder, wo er einfach nicht streamen kann. Also der nennt das, glaube ich, immer Funklochhausen oder so. Da geht nichts, da ist der Stream dann aus. Ja, das ist schon krass, muss man sagen, dass das in Deutschland immer noch so heutzutage ist. Ja, wirklich. Also fachliche Frage von mir, wie ist das denn eigentlich bei hier GPS? Das ist ja auch teilweise irgendwie mit dem Mobilfunknetz gekoppelt, oder? Kann das dann auch ausfallen? Du hast ja eine SIM-Karte da drin. Also wir haben jetzt ein Trimbel-System, da ist eine SIM-Karte, also quasi nur eine Datenkarte drin eben. Und das kann schon auch passieren. Also tatsächlich vom Empfang her geht's, weil ich glaube, dass gar nicht so viel Datenvolumen dafür gebraucht wird und das ja auch eine Zeit lang weiterläuft. Also wenn du jetzt mal kurz dann irgendwie an der Stelle im Funkloch bist, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viele Minuten, aber dann wird das halt überbrückt, sage ich jetzt mal. Ja, wo wir eher Probleme haben tatsächlich, dann sind unter Strommasten und so. Da habe ich auch schon ganz oft das Problem gehabt, dann denk, gerade wenn du auch so in Gedanken bist, ne, bist in deiner Spur drin, ist mir letztes Jahr beim Selden auch passiert. Guckst du durch die Gegend und auf einmal denke ich, hä, wo fahre ich denn hier hin? Also bin ich einfach so in Anführungszeichen quer rüber geschossen, dann habe ich dann auch gesehen, ja, war eben GPS draußen und das war genau unterm Funkmast und da haben wir das tatsächlich ganz oft. Ah, okay. Ja, da passieren manchmal lustige Sachen, wenn dann auf einmal der Fahrer zu unkonzentriert wird. Ja, dann sieht es zumindest, also im Nachhinein, erstmal ist es natürlich ärgerlich, wenn man jetzt da so einmal so eine Schneise da rein sät oder grobert oder wie auch immer. Ja, wenn dann auf einmal. Gerade beim Sehen, das siehst du ja direkt ein ganzes Jahr. Ja, wenn der Trecker, manchmal, es gibt ja auch manchmal, dann geht er draußen, dann macht er das so ganz langsam, der Trecker und manchmal gibt es ja auch, nenne ich mal jetzt den harten Einschlag und dann auf einmal macht er piep piep und auf einmal die Räder stellen dich komplett in eine Richtung und du machst dann da so eine 90 Grad Wendung, so ungefähr. Dann ist man auf jeden Fall sehr schnell wieder bei der Sache. Bist du wach. Und wo wärst du? Also Landwirtschaftssimulator hast du ein bisschen gespielt? Also dann tatsächlich, muss ich jetzt sagen, du hast mich jetzt ein bisschen, da würde ich mir jetzt mal den Bausimulator angucken, muss ich jetzt sagen. Okay. Der ist, leider ist der ein bisschen simplifiziert, also der ist noch ein bisschen simpler als der Landwirtschaftssimulator und hat auch nicht diese Modding-Kompatibilität. Ach so. Aber der hat auf jeden Fall einen lustigen Multiplayer-Modus, also da kann man schon Spaß haben mit anderen Leuten. Ja, was ich auch noch vielleicht bräuchte, wäre so ein Gartensimulator, weil ich müsste nicht meinen Garten noch planen zu Hause, wo wir noch was hinbauen können, Gartenhäuschen und so, wo noch eine Hecke hin kann und so. Vielleicht gibt es da ja noch so einen Gartenarchitektursimulator oder so. Es gibt, ja, ich glaube sowas gibt es tatsächlich, sowas gibt es tatsächlich so in der Garten. Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt. Genau, aber noch besser, und da war ich von mir selbst überrascht und auch ein bisschen erschrocken, war der Lornmoin Simulator, der Rasenmäher-Simulator. Nein. Da dachte ich mir nämlich, das ist ein unglaublich langweiliges Spiel, weil man wirklich nur durch englische Gärten darin fährt und einfach nur diese Aufsitzrasenmäher hat und da einfach nur seine Runden dreht. Ich dachte, das ist unglaublich langweilig. Ich habe es gespielt, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe es wirklich gern gemacht. Und da war ich von mir selbst erschrocken und überrascht. Ich glaube, es ist allerdings so ein bisschen innerlich der Traum, dass ich selbst irgendwann mal so einen großen Garten mit so einem Ding habe. Darauf wollte ich mich, glaube ich, gedanklich schon mal vorbereiten. Das ist genauso wie... Ansgar von N-Play auf seinem englischen Rasen in seinem Schloss. Aber es gibt doch auch, das hat mir letztens ein Kumpel gezeigt, es gibt ja sogar irgendwelche Leute, die YouTube-Videos davon machen, wie sie mit einem Hochdruckreiniger so Sachen sauber machen. Habt ihr das schon mal gesehen? Dann sind da so ganz verdreckte Stühle zum Beispiel, so Gartenstühle. Und dann machen die wirklich so streifenweise, wenn du mit einem Hochdruckreiniger, weißt du, so streifenweise dann immer was von Schwarz nach Weiß machst. Und da gucken sich dann Leute drei Stunden an, wie einer an der Terrasse abkärchert. Und Johannes, du wirst lachen, auch dazu gibt es einen Simulator. Ob der heißt Powerwash-Simulator oder sowas. Dieses Spiel funktioniert genau deshalb, warum auch diese Videos funktionieren. Weil das irgendwie so ein satisfying Gefühl ist. Ja, das glaube ich. Ich finde es nur lustig, es gibt das auch auf TikTok und auf Reels und wie das alles heißt, dieses Genre. Und da finde ich es lustig, weil es haben sich unter diese Leute, die das professionell machen und da professionell alles sauber kärchern, haben sich auch so ein paar Schalatane drunter gemischt, die damit alles kaputt kärchern. Und da ist es ja immer lustig, die Kommentare zu lesen. Also es ist schon, ja, schon teilsam. Ich glaube, es ist echt eine Welt für sich, ne? Ja, TikTok allgemein ist ja auch irgendwie so eine Welt für sich, ne? Aber ich finde, dass es dazu jetzt auch noch einen Simulator gibt, vielleicht wäre das noch eine Idee für ein Geschäftsmodell. Denn man müsste jetzt Leute, die Schweinebetriebe haben und Mastschweineställe oder normale Schweineställe, könnte ja mit solchen Leuten zusammenhängen. Dann können die in echtem Leben sogar mit einem Hochdruckreiniger die Schweineställe sauber machen oder die andere Stelle oder andere landwirtschaftliche Maschinen oder so. Wenn nach der Maisernte oder nach dem Säen, können die doch dann sich melden bei den Landwirten und da die Maschinen echt sauber machen. Da hätte man direkt, könnte man das so verbinden. Vielleicht nur eine Geschäftsidee. Also wo du gerade über die Verbindungen bei allem Witz und so sprichst, ich denke schon, dass sich in Zukunft noch so ein bisschen was ändern wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Straßenbahnen und vielleicht auch irgendwann mal Schlepper irgendwann mal tatsächlich aus einem Büro von zu Hause gesteuert werden können. So ähnlich wie ein Landwirtschaftssimulator. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir das noch erleben, dass irgendwie diese zwei Welten so ein bisschen zusammenwachsen. Geht bestimmt nicht in allen Situationen und so. Aber man sieht das ja schon so bei so ein paar Sachen, dass aus einem Büro heraus mit entsprechenden Kameras und so Dinge gesteuert werden. Und ich denke, der Landwirtschaftssimulator könnte noch in die Berufswelt einziehen irgendwann. Also das ist ja tatsächlich noch nicht mal so weit weg. Ich habe da letztens, da gibt es ja schon einige Baumaschinenhersteller, die jetzt, sage ich mal, Geräte für die Minen, für so Minenarbeiten. Für solche großen Sachen herstellen, dass da so Dumper oder so dann schon aus so einer Schaltzentrale gesteuert werden. Dass der gleiche Arbeiter quasi da in seinem Büro sitzt, der steuert den Bagger und den Dumper gleichzeitig. Irgendwie, dann habe ich letztens, wurde mir das auch irgendwie, habe ich das mal gesehen in so einer Reportage. Vielleicht können ja mal die Leute Zuhörer der Bezug nehmen, ob das vielleicht auch sogar schon in Deutschland gibt. Aber ich meine, das war irgendwie jetzt nicht Deutschland, aber das war, da habe ich mich schon sehr gewundert. Aber die hatten natürlich dann auch so eine Schaltzentrale. Man hatte quasi seine Schlepperkabine dann im Büro stehen, mit allen Knöpfen zum Schalten und Walten. Das sah schon sehr spannend aus. Also ich glaube noch nicht mal, dass das so lange dauert. Vielleicht in der Landwirtschaft vielleicht noch ein bisschen länger, könnte ich mir vorstellen. Aber im Baubereich ist das, glaube ich, noch gar nicht mehr so weit weg, würde ich jetzt mal sagen. Da sage ich jetzt einfach mal so, wer weiß, wie sich das alles noch so verhält. Ja, bin ich mal gespannt, wie sich das dann noch so entwickelt, wie das so zusammenwächst alles. Und dann kriegst du noch einen richtigen, noch einen größeren Bildungsauftrag, als den du jetzt schon eigentlich hast. Also neben der Öffentlichkeitsarbeit, die du ja dankenswerter leistest, kommt dann noch der Bildungsauftrag dazu, dann die neuen Mitarbeiter auszubilden auf den Landmaschinen sozusagen. Ja, wer weiß, was da noch so passiert. Aber auch abseits davon kommt bestimmt in Zukunft noch einige spannende Projekte, die dann auch noch mal irgendwie ein bisschen neu sind. Nochmal so Trekkertour-artig Next Level. Das hört sich an, als wäre da schon was im Busch. Ja, wir planen immer mal so ein bisschen rum. Wir gucken, was da noch so geht. Aber Bock haben wir, glaube ich, alle. Ja, wie gesagt, Anzja, du kannst dich ja immer melden bei uns. Ja, also in meinem Kopf soll es noch genau eine Trekkertour geben. Mal gucken, mit wem und wer sich dafür so alles gewinnen lässt und so und wie man das alles irgendwie finanzieren kann. Aber eine soll es noch geben. Und da werde ich bestimmt noch mal auf dich zurückkommen und mir sicher sein, dass ich, oder ich werde auch da wieder hoffen, dass es heißt, Anzja, kein Problem. Das sind doch schöne Worte. Fast wirklich schon was, das sind ja die schönsten Schlussworte, die ich mir eigentlich vorstellen konnte. Das heißt ja, wenn man bei Lemken anruft, ist es kein Problem. Deswegen, Carina, hättest du noch eine Frage an Ansgar? Mir schwirrt nur schon wieder im Kopf, dass du deine Frage bitte nicht vergisst. Ach boah, das habe ich auch tatsächlich, das steht gar nicht auf meiner Liste hier. Siehst du, dass ich daran denke. Gott sei Dank, Carina. Also Ansgar, jetzt nochmal, wenn du jetzt einen Grillsimulator hättest, Ansgar. Das habe ich schon, dass das hier irgendwie so ein Ding ist mit dem Grillen. Das habe ich schon mitbekommen. Willst du dann lieber ein Steak oder ein Würstchen grillen? Oder grillst du lieber ein Steak oder Würstchen? Sagen wir mal so. Ich glaube eher ein Steak. Ja. Ja, das ist doch eine Ansage. Das ist doch schon mal was. Das habe ich nämlich, glaube ich, verpasst. Was ist der Hintergrund dieser Erhebung, die ihr hier macht? Wir haben das ganz am Anfang, war das einfach nur mal so, dass wir uns ein paar Fragen überlegt haben, dass wir es einfach so ein bisschen locker gestalten mit unseren Gästen. Dass man einfach so reinkommt, ein bisschen so ins Quatschen und dann auch gar nicht direkt so ins Thema einsteigt. Wie gesagt, einfach ein bisschen locker. Und ja, eigentlich ist da immer die Frage aufgetaucht, inklusive die, was gibt es dazu? Das muss ich dich dann gleich noch fragen. Und ja, dann haben wir das irgendwann gelassen bei den Gästen, weil wir es einfach vergessen haben, für uns nicht wichtig war. Und dann kam von allen Seiten, von unseren Hörern und ja, auch vom Team so, ihr habt die wichtigste Frage vergessen. Und ja, keine Ahnung. Seitdem haben wir uns auf die Seite geschrieben, was am meisten gewählt wurde. Das wäre mal interessant. Aber ich würde sagen, vom Gefühl her war es tatsächlich das Steak, glaube ich, sehr oft, oder? Ja, am Anfang haben wir ja noch Schnitzel zur Auswahl. Ja, genau. Das war ja auch noch der Running Gag, weil ich gesagt habe, man grillt doch kein Schnitzel. Also ein Schnitzel ist für mich paniert in der Pfanne. Und dann hatten wir hier auch immer Diskussionen. Und ich glaube, weiß ich gar nicht mehr, war es dann auch mit Jan Twitchfarming als Koch, der es quasi auch ein bisschen aufgelöst hat. Genau, das hat sich irgendwie wie so ein roter Faden dann immer durchgezogen. Und mittlerweile ist es ja teilweise schon so, ich glaube, Jonathan war es auch, der letzte Gast, der dann gesagt hat, ihr habt ganz vergessen, mir die wichtigste Frage zu stellen. Da hatten wir es nämlich auch wieder beide vergessen. Und dann haben wir uns schon die Gäste dran erinnert. Also, ja, verrückt. Ja, das... Jetzt wirst du aber noch deine Frage stellen, Karin. Ja, richtig. Genau, deswegen noch die Frage, was gibt es zu trinken dazu? Ein Bier, ein kühles, blondes oder ein Wein? Auf jeden Fall ein Bier. Ich bin überhaupt kein Weintrinker. Sehr gut. Also dann auch den Bierbrauersimulator anstatt den Winzer. Gibt es auch. Gibt es auch. Das denke ich mir. Na, relativ neu. Aber das kam jetzt, ich glaube tatsächlich, du spiegelst auch, wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, würde ich sagen, du spiegelst tatsächlich auch den größten Teil wieder. Ich glaube, die meisten haben jetzt tatsächlich gesagt, Steak beziehungsweise Schnitzel oder zwischendurch habe ich auch mal Kotelett, glaube ich, gefragt. Aber ich weiß es auch gar nicht mehr. Es ging hauptsächlich darum, ob man Fleisch so mag oder Würstchen. Ich glaube, die meisten haben tatsächlich gesagt, Bier und ein Stück Fleisch, was man noch erkennen kann. Ja, gut. Dann bin ich ja bestens im Schnitt. Das ist doch beruhigend. Du bist wieder groß. Hältst nicht aus dem Rast. Ja, genau. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch... Eine Frage hätte ich vielleicht. Ja, genau. Wenn ich die stellen darf. Mich würde mal interessieren noch, Carina ist ja sozusagen, also früher war es ja so, dass diese Landwirtschafts-Community mit all ihren Influencern, auch wenn es da nicht so wahnsinnig viele gibt, aber das ist ja so eine eigene Gruppierung. Und es gibt dann ja die Influencer, hören viele nicht gerne, aber sagen wir mal Content-Creator aus der realen Landwirtschaft auf der anderen Seite. Und ich habe mich ja so ein bisschen bemüht, auch so ein bisschen das zusammenzuführen, weil ich das schon irgendwie ganz cool fand. Aber ich habe auch gemerkt, wie so in den Kreisen der realen Content-Creator manchmal so ein bisschen Vorbehalte gegenüber den Landwirtschafts-Simulator-Gruppierungen da so aufkamen. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie blicken denn so die Content-Creator aus der realen Landwirtschaft auf die Landwirtschafts-Simulator-Creator? Da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da so die Richtige bin, weil wie gesagt, also ich sage ganz ehrlich, ich finde das total gut und ich finde das total wichtig, das habe ich auch damals bei Hannes und Jan, glaube ich, gesagt, dass es diesen Landwirtschafts-Simulator gibt, um überhaupt ein Augenmerk auf die Landwirtschaft zu bringen. Und so kommen ja vielleicht dann auch über Algorithmus und Co. dann eben Menschen, die mit Landwirtschaft nichts zu tun haben, vielleicht trotzdem auf meiner Seite, weil sie sich dann auch mal da noch informieren, wie es in der realen Landwirtschaft aussieht. Also ich habe jetzt überhaupt gar keine Vorurteile oder sonst irgendwas. Wie gesagt, bin aber auch zu wenig im Thema drin, als dass ich jetzt sagen könnte, hier Landwirtschafts-Simulator XY hat das gespielt und das war ja totaler Quatsch, was der da gemacht hat oder so. Also könnte ich jetzt überhaupt nicht sagen. Ich finde es wichtig, dass das Thema Landwirtschaft überhaupt auf dem Tisch ist und dafür ist das super dankbar und ich glaube, dass das auch oft verkannt wird, dass dadurch sehr viele Menschen sich doch für unseren Job nochmal interessieren. Ja, beruhigend zu hören. Also wie gesagt, ich hatte manchmal, aber das war nie so explizit ausgesprochen, aber es ist halt so, also für viele Content-Creator aus dieser Landwirtschafts-Simulator-Bubble sind so die realen Landwirte und Landwirtinnen, ja, halt so ein bisschen die Vorbilder und die gucken die dann auch selbst und gucken sich da auch viel von ab, aber umgekehrt war ich mir nicht so ganz sicher, wie das eigentlich so harmoniert. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist so, ja. Aber ich glaube, es ist halt auch wichtig, so das, was du schon gesagt hast, dass es natürlich im Landwirtschafts-Simulator auch nicht alle Eventualitäten gibt und was ich auch, wo ich eben sehr nickend hier auch vor dem Laptop saß, was ja die Zuhörer nicht sehen können, als du gesagt hast, mit dieser Traktortour, dass du gemerkt hast, wie unterschiedlich Landwirtschaft ist und das ist ja auch das, was ich immer sage und was ich ja auch immer den Kollegen, die mich kritisieren, in diesem Internet sage. Wir haben alle andere Gegebenheiten, wir haben alle mit anderen Dingen zu kämpfen und das ist ja auch das, wo ich immer sage, wir können uns auch viel breiter aufstellen, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, weil jeder andere Themen bespielen kann. Also nicht nur von Tierbetrieb zu Ackerbau und umgekehrt, sondern eben auch, wie du schon gesagt hast, andere Böden, anderes Wetter, anderes Klima, sonstige Herausforderungen. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall wichtig und das war auch für mich nochmal gut zu hören, dass du das dann siehst, dass das halt im wahren Leben ja auch ein bisschen ernster ist als nur das Spiel. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, verstehe ich natürlich, dass so ein Spiel auch simpel ist, weil es soll ja am Ende Spaß machen. Du sollst ja nicht am Ende wie ich davor sitzen und dich über Bürokratie aufregen und eine Laptop knallen, weil du keinen Bock mehr hast. Es ist ja immer noch der Spaßfaktor da und wie gesagt, um überhaupt das Thema auf den Tisch zu bringen, finde ich es auf jeden Fall richtig gut. Ja, das fand ich halt auch so wichtig, das nochmal deutlich zu machen, auch im Kontrast zum Spiel mit so einer Videoserie zu zeigen, dass es halt bei Landwirtschaft auch einfach um Existenzen geht. Also das wird beim Spiel so nicht deutlich. Da kannst du halt einfach, wenn du da wangrott bist, dann fängst du einen neuen Spielstand an. Weil so läuft es ja leider im echten Leben nicht. Ja, interessant zu sehen. Ich habe das auch so ein bisschen gemerkt, als die Trekkertour war. Es ist ja, also unter meinen YouTube-Videos ist die Stimmung immer sehr, sehr, sehr friedlich und auch sehr, sehr toll. Also natürlich bekommt man Hinweise, wie Dinge anders gemacht werden können, aber das ist immer auf einem sehr wertschätzenden Level so. Diese Kurzvideos auf TikTok, Instagram und Co., da ist die Stimmung ein bisschen anders, weil man da natürlich auch nicht den Kontext kennt. Da hat man nicht 20 Minuten gesehen, sondern da hat man dann ein paar Sekunden gesehen und das fand ich wirklich beeindruckend im negativen Sinne, wie mir manche Menschen offensichtlich aus der Landwirtschaft dann geschrieben haben, wie dumm ich sei und dass ich am besten zurück in den Landwirtschaftssimulator gehe und das mal sein lasse, hier irgendwelche schlepper zu fahren. Ich meine, der eine oder andere Stunt war vielleicht tatsächlich, macht man so nicht nochmal, war auch nicht beabsichtigt. Aber insgesamt fand ich das doch etwas, da habe ich es so ein bisschen gesehen. Vielleicht sind es gar nicht die Content-Creator, sondern eher reale Landwirte, die sich da so ein bisschen erheben sozusagen. Aber das kann ich dich beruhigen, wie gesagt, das kann ich auch nur zu gut, also ich kann das sofort nachempfinden, auch ganz ohne Landwirtschaftssimulator, weil man macht es ja sowieso nie allen recht und gerade manche Kollegen sind da doch auch sehr laut und besserwisserig und Johannes grinst schon, dass bei mir, wenn ich zum Beispiel den Flug auspacke, dann kriege ich auch Hate von allen Seiten, aber das ist ja genau das, was ich immer sage. Die kennen meine Gegebenheiten nicht, die denken dann auch nicht mal von zwölf bis Mittag und am Ende des Tages, was mich immer so ärgert, ist, dass du stehst ja da als Person, um für die ganze Branche irgendwie, um darauf aufmerksam zu machen und für alle was Gutes zu tun und kriegst aber dann von den eigenen Reihen dann da teilweise so Feuer, wo ich mir auch manchmal echt denke, ja, ihr habt es halt auch einfach nicht verstanden. Aber kann ich dich beruhigen, das ist nicht nur, wenn man Landwirtschaftssimulator spielt, so. Okay, genau das war auch das Gefühl bei der Trekkertour, also da gab es dann so ein paar, ich meine, die Videoserie wäre ja gerade, um auch Werbung irgendwie für die Landwirtschaft zu machen, gedacht und das haben wir, glaube ich, auch gemacht, weil wir, wie gesagt, viele Aspekte ja dargestellt haben, ein bisschen Entertainment, viele Infos und so eine gute Mischung, sodass man sich das eben gut angucken kann und dann lädt man da so ein paar Clips hoch und diese Clips werden dann wirklich heiß diskutiert. Das war schon, ja, bemerkenswert zu sehen. Ich glaube auch nicht, dass die Menschen das Böse gemeint haben, nur viele haben dann irgendwie das Bedürfnis gehabt, klarzumachen, dass man selbst keine Ahnung hat und die ganz viel, und das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen, aber das war manchmal doch ziemlich scharf formuliert. Aber ich glaube, das ist auch nicht nur in unserer Branche so. Also ich glaube, wenn jetzt jemand, der, weiß ich nicht, Jagdsimulator, Putzsimulator oder was auch immer spielt, wahrscheinlich gibt's, also ne, dieses Internet ist ja einfach voll von diesen Besserwisser-Kommentaren, das ist ja manchmal wirklich, da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Und ich glaube, dass das auch noch schlimmer wird, also ich weiß auch nicht. Hoffmanns nicht, aber beruhigend zu hören, dass jetzt das irgendwie alle dann so ein bisschen beschäftigt. Ja, das ist so, ja. Gut, dann würde ich sagen, ja, Ansgar, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns mal ein bisschen zu quatschen. Ich fand das mega spannend zu hören, was es alle für Simulatoren gibt und wie du dazu gekommen bist und welchen positiven Effekt du doch auf die, ja, Zielgruppe hast. Sei es jetzt nur, dass wir dadurch vielleicht für die Branche einige Auszubildende gewinnen oder dass das Image für die Landwirtschaft besser wird. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, für deine Arbeit, die du da leistest und ich freue mich schon wieder auf die nächste Zusammenarbeit mit dir oder wir freuen uns schon auf die nächste Zusammenarbeit mit dir von Lemken. Natürlich bist du auch jederzeit wieder herzlich zum Podcast eingeladen, wenn wir nochmal jemanden brauchen oder du Lust hast, nochmal mitzumachen. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst und ja, Dankeschön bleibt mir nur zu sagen. Karina, du kannst ja auch nochmal vielleicht verabschieden. Ja, danke Johannes, dass du mir auch nochmal kurz Zeit gibst. Ja, ich wollte auch sagen, schön, dass du dabei warst. Ansgar, eigentlich hat Johannes ja auch schon alles gesagt und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns auch auf dem einen oder anderen Event vielleicht bald nochmal wiedersehen. Herzlichen Dank für die Einladung, gerne wieder, bis dahin. Tschüss. Bis dann, ciao. Ciao. Ja, Karina. Und was dir bei Ansgar besonders im Kopf geblieben oder welcher Simulator besser gesagt oder wie auch immer. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Lustige ist einfach, dass es echt für jeden, für jede Branche, sagen wir mal und für alles einen Simulator gibt, finde ich auf jeden Fall witzig. Ich glaube, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal googeln, was es da alles Lustiges gibt. Ja, und ansonsten, wie ich schon gesagt habe, also ich möchte mich auch gar nicht so weit wiederholen. Eigentlich ist alles gesagt. Ich finde das nach wie vor wichtig mit dem Landwirtschaftssimulator, dass es den gibt und ich glaube, dass das von vielen auch verkannt wird, wie wichtig das tatsächlich ist, um das Thema überhaupt auf den Tisch zu bringen und ja, also war auf jeden Fall eine schöne Aufnahme, aber Ansgar ist auch einfach ein super Typ, habe ihn ja Gott sei Dank auch schon persönlich bei euch kennengelernt und ja, einfach super sympathisch und von daher war es wie immer sehr schön. Ja, also ich muss auch sagen, was mich wirklich beeindruckt ist tatsächlich, weil da es eigentlich nichts gibt, wozu es keinen Simulator gibt. Also meistens war ich tatsächlich verwundert bei dem Jagdsimulator, das habe ich mal irgendwo gesehen, aber dieser Hochdruckreiniger-Simulator, denke ich wirklich. Wobei ich auch direkt daran denken musste, ja, ich bin ja auch so ein Monk und ich habe das im Frühjahr auch gemacht, die Platten auf der Terrasse tatsächlich, es gibt ja nichts Schöneres, wenn man so Streifen anstreifen und ich meine, wenn man keine Terrasse zu Hause hat, dann macht man es halt im Internet oder wie. Keine Ahnung. Ja, ich dachte, das wäre ja noch ein Geschäftsfeld. Wir müssen so eine App entwickeln, wo man Leute zusammenbringt, die eine Terrasse haben und Leute, die gerne Hochdruckreiniger haben und man kann ja alles Mögliche waschen, Schlepper waschen, Ställe waschen, Werkstand waschen, man kann ja alles Mögliche machen. Also vielleicht ist da noch eine Marktlücke. Schöne Vermittlungsagentur. Naja, also das fand ich auch interessant, aber wie gesagt, das hatte ich auch schon gesagt, wie groß eigentlich diese Auswirkung ist, das hatte ich persönlich gar nicht, man hat halt natürlich, wenn man drüber nachdenkt, kann man sich das herleiten, aber wie groß diese Auswirkung ist, gerade auf jüngere Menschen sich überhaupt mit dem Thema Landwirtschaft nochmal zu beschäftigen. Ich meine, viele, die jetzt so im ländlichen Bereich wohnen, aber dann vielleicht schon in einer etwas größeren Stadt, die sehen halt ab und zu mal einen Trecker vorbeifahren und denken sich, ja, das ist ganz schön, dann kaufen sie sich vielleicht hier noch so ein Brudermodell oder von Siku irgendwie was oder was und dann ist ja irgendwann ja mit einem gewissen Alter, wo es eigentlich dann Richtung Berufswahl geht, ist das ja wieder vorbei, sich damit zu beschäftigen und der Landwirtschaftssimulator setzt ja eigentlich genau dann da an, sag ich mal, wenn du irgendwie so 12, 13, 14 bist und älter, dass die Leute dann nochmal damit in Berührung kommen, weil sie halt als Kind gerne mit diesen Sachen da gespielt haben oder und das faszinierend finden und diese, das geht sonst stumpft das, glaube ich, irgendwann ab und so kann man dieses, ja, das Ganze noch ein bisschen am Köcheln halten, sodass man auch wirklich dann bei der Berufswahl noch mit der Landwirtschaft überhaupt da im Fokus ist und das ist tatsächlich ein Punkt, der zwar logisch ist oder den man gut verstehen kann, aber den ich persönlich nicht so auf dem Schirm hatte, muss ich sagen. Deswegen fand ich, das fand ich eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Ja, Carina, jetzt würde ich sagen, genug der virtuellen Welt, ab wieder in die Realität. Ja, genau, jetzt ist ja wieder in die Gruppe, also ich jetzt nicht, aber, also doch, muss auch arbeiten jetzt, aber ich will nicht mit dem Hochdruck reinigen oder so oder mit einem Trecker leider, muss jetzt auch noch an den Schreibtisch. Darf ich, ich darf an den Schreibtisch. Du darfst, ja, genau. Nee, also, ja, sonst, morgen bin ich wieder auf dem Feldtag unterwegs, vielleicht noch der kleine kurze Wochenausblick bei mir, dann kannst du deinen Wochenausblick ja auch nochmal sagen, Carina. Ich darf auf jeden Fall, heute bin ich noch am Schreibtisch, darf ich sein und morgen bin ich dann wieder unterwegs nach Karlsruhe und da sind wir auf einem großen Feldtag zusammen mit einem Händler und da stellen wir einige Lemken-Geräte vor, dann bauen wir morgen noch ein bisschen auf, bereiten vor und, ja, Mittwochabend ist dann der Feldtag, also alle, die in der Nähe sind, ja, Herxheim heißt das, ah ne, das bringt jetzt nichts, wenn ich das sage, weil die hören das ja erst nach dem Feldtag. Ja. Also, wie gesagt, wir waren jetzt, wenn ihr das hört, war ich auf dem Feldtag gestern Abend und hab die Maschinen präsentiert und hab die auch vorher eingestellt mit den Kollegen und wir sind dann am Abbauen jetzt vielleicht noch, wenn ihr das hört, dann ist auch Spaß wieder Wochenende, weil ich dann auch so lange mit dem Auto wieder nach Hause fahren muss und dann ist noch der Freitag und dann geht die Woche wieder schneller rum, als man denkt. Habe ich sowieso jetzt in letzter Zeit, aber hast du wahrscheinlich auch. Ja. Und die Zeit rast irgendwie gerade. Wahnsinn, ja, das ist wirklich wahr, habe ich auch gesagt und ich habe auch gestern schon gesagt, diese Woche ist auch schon wieder so eine Woche, die wird auch an mir vorbeifliegen, weil jeden Tag schon wieder ein Termin ist. Ich finde dann, also, das ist ja bei mir, sage ich mal, auch nicht die Regel, ne? Ich meine, auch wenn es nur kleine Termine sind, so wie wir heute hier mit dem Podcast, ne? Aber ja, morgen habe ich ganztägig, kommt der Robert Küppers, schöne Grüße an der Stelle von Fendt zu uns, weil wir ja den 728 noch einstellen auf die Sähmaschine und alles, damit das dann auch alles mal funktioniert, was wir noch so ausprobieren wollen mit Autoturn und so weiter und so fort. Und, ja, Mittwoch, Donnerstag haben wir wahrscheinlich auch noch eine Maschinenvorführung von einem Roder, Kartoffelroder, den wir ausprobieren. Da wollen wir dann die frühen Kartoffeln jetzt mal alle reinholen, ja, und so, ne? Dann zieht sich das so durch und dann, wenn jeden Tag was anderes ist, dann ist so bupp, die Woche schon wieder rum und dann ist aber vom Tagesgeschäft in Anführungszeichen dann auch nicht viel passiert, ne? Wir haben auch noch echt einiges zu tun, auch noch, ja, Mulchen und so weiter und so fort und, ja, bevor es dann ja quasi gleich, wie gesagt, ne, mit der Sähmaschine losgeht und dann der Raps schon wieder gelegt wird. Das geht einfach irgendwie manchmal auch ein bisschen alles zu schnell. Ja, deswegen will ich dich auch nicht länger aufhalten, Carina. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank an die Zuhörer. Behaltet unsere Kanäle im Auge wegen der Neuheit, die wir nächste Woche vorstellen. Ja, ansonsten überlasse ich dir wie immer das letzte Wort, Carina. Ja, vielen Dank, Johannes, auch, dass du dabei warst und vielen Dank an unsere Zuhörer. Ja, wir hoffen natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat und nehmen euer Feedback gerne entgegen und ansonsten wünschen wir allen eine gute Woche beziehungsweise, ja, gute zwei Wochen, ne? Bis bald. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden, auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com. und dann auf unseren Instagram-Kanälen.com.